Über das Produkt sollte man auf jeden Fall noch wissen, weil man sieht es eben nicht auf den ersten Blick an. Der Sessel ist drehbar, ich hoffe man kann es erkennen und das spricht auch für den Sessel. Zu Hause hat man ja die Möglichkeit mal auf die Terrasse, meinen Wohnbereich oder in die Küche zu schauen und dann kannst du schön sitzen bleiben und dich gemütlich in jede Richtung drehen.